Beeindruckendes Naturschauspiel in der Türkei. Der Tuzgülü ist ein Salzsee und der zweitgrößte See in der Türkei. Das Gewässer, das im Westen des Landes liegt, ist ein wichtiges Feucht- und Naturschutzgebiet, in dem wandernde Flamingos aus der ganzen Welt brüten. Von Frühling bis Herbst ist er ein komfortables Zuhause für tausende frisch geschlüpfte Flamingos. Drohnenaufnahmen zeigen den gewaltigen Kreis, der von tausenden Vögeln gebildet wird. Das besondere Umweltschutzgebiet, das die größte natürliche Brutkolonie von Flamingos aus der ganzen Welt beherbergt, bietet vielen Vogelarten ein Brut-, Überwinterungs- und Rastgebiet. Die Flamingoküken bleiben im Tuzgülü, bis sie fliegen lernen und im Herbst ihre Nester verlassen. Bis dahin können wir nur immer wieder über diese spektakulären Bilder staunen.